Hallo und willkommen zurück zu XCOM. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen was geschafft und haben jetzt wieder hier drei Schaukürze. So, es war Russland, zwei Panikbalken mäßig, Schwierigkeitsgrad, vier Wissenschaftler, Osaka, Schwierigkeitsgrad schwer und vier Ingenieure und Südafrika mäßig für 200 Dollar. Ja, ich würde sagen, wir gehen nach Nihon, weil es halt schwer ist und weil es Ingenieure gibt. Oh yeah, Maximum Bullshit. So, Schafsücher, Sturm, Schwer, Schwer, da können wir noch was anderes dazu machen. Schwer, noch Unterstützer. Wir nehmen jetzt mal noch wieder immer schön Rekruten mit, bis wir halt so schnell wieder genug Sniper und so weiter haben. Ich hatte bloß zwei Laserwaffen, ja. Ja, 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 okay. Go. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Mhm. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Panik breitet sich in einer Großstadt aus, während die Aliens durch ihre Straßen ziehen. Wir müssen diese Situation in den Griff kriegen. Okay. Operation Verfluchter Hofner. Entführung durch Aliens. Osaka. Japan. Einsatzbesprechung. Entführung durch außerirdisch im Gange. Keine Zivilisten am Einsatzort. Mehr wenn was sollen. Wollen wir noch nicht akzeptabel. Schalten Sie die irgendeine Ziele aus. Finden Sie sich an Sieben-Mildkanister. Yo. Also rein rushen und jo. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. 10-4. Mhm. Alien-Objekt in sight. Okay. Unterwegs. Go, 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 go. Denn alle da in die Richtung. Maximum. Rush. Rolling out und rolling in. So. Das ist unser Rekr... Ne. Wo ist es? Takumi. Äh. Hitchi. Kannst da. Und unser Rekrude. Und unser Rekrude. Meta. Kannst. Ja, dann. Malen. Okay. Da hinten geht's nicht weiter. So geht's jetzt wahrscheinlich in die Richtung. Ja. Und da hinten ist das Melt, so wie es aussieht. Ja, das Drehding da. So. Dann würde ich sagen... Da ist nirgendwo Deckung. Dann gehst du da hin. Ziel erfasst. Ah. Nach unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf dem Kampf an vorderster Front spezialisiert ist. Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Mutong? Ich bin leider niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Wie hießen die? Mutong oder so? Ich weiß jetzt nicht mehr. So, run and gun. So. Okay. Running and gunning. Wie sieht's aus? Double tap? 14, einfach 32. Nee, dann machen wir. Feldpost. Fujiwara. Kann da hin. 40, 22, no. So, wie sieht's mit uns aus? 67. Well, meha. Du kannst... ...da hin. Oh, shit. Well. Well. Oh, shit. Sie verlieren an Boden. Nein, nicht auf das, äh, okay. So, ähm, wo sind wir, wen haben wir? Sie haben wir. Okay. Verstanden. Feuer! Renn, lad auf. Jonesy? Uh. Nope. Wunderschön. So. So. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nope. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Pew, 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 pew. Was? So. 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 So, Crusher. Kannst du hier irgendwas suppressen? Yo. Supressing. So. Jones. Wen kannst du? Oh. Mach mal Doppelschuss. Hm. Er zerwiegst die Deckung kaputt schießen. Er zerwiegst die Deckung kaputt schießen, ist ja. Wenn der nicht getroffen hätte, ne? Wie kann man so einen fetten Gegner verfehlen? Ja, dann. Next try. Das ist keine Deckung. Na dann, können wir hier Run and Gun hermachen? So, dann. Doin. What? ernsthaft oh oh boi was why would she ach so weil sie um die deckung ist yeah 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 so miste ich stehe direkt neben dem gegner und treffe ihn nicht um reload geladen und entsichert apps gehört next auf 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 jones jones ist da so so auf auf feldposten vor so hin jonesy du kannst mal wieder ein rush machen ph Adam finder gesichtert jeb 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 Moving. Hohohohohohoho. Ah? Siem los. Ziel verfez. Número uno. So. Ah. Bam bam bam. Läuft doch alle super hier. Moving. So. So. Brücke aus. Mhm. Mhm. Ich mach mich los. Okay. Okay. Yep, 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 yep. Junzie. BAM BAM! Was ist das, Mr. Alien? Don´t you want to attack? Natürlich, den Schwächsten! Das war ein Geleser, zum Schluss! Ja, NUKE! Oha, Major! Hitch! Natürlich Medipack! Was denn sonst? Sniffer, entfernt Zielverschlechterung beim Reflexschluss! Enfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschluss! Entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschluss! Ermöglicht ihm kritische Treffer! Ah, das ist meine Lieber! So, Metas verwundert sieben Tage, okay, Stadtkampfabzeichen, das ist sehr schön, ja, aber da kann ich ja so nichts machen, was soll ich da machen? Skyranger, so, entfernen, nächsten Azubi, Bewachung, okay, so, kriegen wir da echt noch eine Mission, das zu clearn, ist ja gar, okay, dann würde ich sagen, wenden wir die Sache und machen das dann in der nächsten Folge, ich danke euch für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal, gute Blei!